Nummer 5. Für diese Gesichtscreme werden nur die besten Zutaten aus biologischem Anbau verwendet. Die Creme ist sehr feuchtigkeitsspendend und besteht aus Retinol, reiner Hyaluronsäure und Vitamin C. Sie sorgt dafür, dass ihre Haut bei jeder Anwendung verjüngt wird und verleiht ihrem Gesicht einen strahlenden Effekt. Die Creme hat einen zarten Duft, fettet nicht und zieht dank ihrer leichten und samtigen Textur schnell ein. Sie steigert die Produktion von Kollagen, wodurch die Haut elastischer und straffer wird. Frei von Parabenen, Allergenen, Zusatzstoffen und Alkohol. Unser komplettes Bioprodukt ist frei von Nickel, Chrom und Kobalt. Ausgezeichnetes Produkt. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung. Nummer 4. Tagescreme mit Retinol für die näherende Gesichtshaut. Reduziert die Zeichen der Hautalterung, Falten, Akne, Poren und Ekzeme. In nur wenigen Wochen wird die Haut gesünder und jünger aussehen. Auch für die empfindlichste Haut geeignet. Erhöht die Kollagenproduktion. Ausgezeichnetes Preisleistungsverhältnis. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 3. Diese Retinolcreme ist ein Schönheitsprodukt, das die natürliche Ausstrahlung der Haut wiederherstellt. Fördert die Produktion von Kollagen. Hochkonzentriert, vegan und Made in Germany mit besten Zutaten. Auf Aloe-Basis, um der Haut die richtige Feuchtigkeit zu spenden. Ausgezeichnetes Preisleistungsverhältnis. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. Nummer 2. Diese Nachtcreme enthält eine hohe Konzentration an Hyaluronsäure, Bioretinol, Vitamin E, Aloe Vera, Shell Butter, grünem Tee und Jojobaöl für eine maximale Wirksamkeit des Produkts. Die Creme sorgt für mehr Volumen, revitalisiert und macht die Haut elastischer, verleiht ihr eine gleichmäßigere Farbe und spendet mehr Feuchtigkeit. Reduziert Falten und fördert die Zellerneuerung. Geeignet für Männer und Frauen. Auf Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen. In der Beschreibung finden Sie den Link für dieses Produkt. Nummer 1. Diese Creme reduziert sichtbar feine Linien und Falten, selbst die tiefsten. Sie kombiniert zwei von Dermatologen anerkannte Anti-Aging-Technologien, Retinol und Hyaluronsäure. Sie hilft, die sichtbaren Zeichen des Kollagen- und Elastinverlustes zu reduzieren. Morgens und abends auf das Gesicht und den Hals auftragen, um innerhalb weniger Wochen Ergebnisse zu erzielen. Ausgezeichnetes Produkt. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt auf Amazon. Bis zum nächsten Mal.